den weg zum tor aber es blieb bei der gelben karte freistoß torsten fingt abgegeben können tore schöner sein meine damen und herren marek lesen jak das 2 zu 0 für die sg wattenscheiden und die bayern lassen sich neuerdings nur durch zaubertore bezwingen mit dem rücken zum tor und viele werden sich sicher fragen warum reagiert raimund aumer nicht der fünfte saison treffer für den spieler des abends im wattenscheid